Linguistik in 60 Sekunden Nummer 7 Kommunikative Handlungsabsichten Wie erkläre ich am einfachsten die pragmatische Ausrichtung von Gesprächs- und Textlinguistik? Ausgangspunkt ist die Sprecherklassifikation nach John Searle von 1979. Er unterscheidet zwischen assertiven, direktiven, kommissiven, expressiven und deklarativen Sprechakten. Das sind Aussagen über die Welt, Aufforderungen, Selbstverpflichtungen, Äußerungen, die Gefühlsebene betreffen und jene, mit denen gesagt wird, was gelten soll. Diese Klassifikation wird in der Textlinguistik zur Grundlage der Bestimmung der Textfunktion. Sie zeigt die Kommunikationsabsicht eines Produzenten an, die vom Rezipienten erkannt werden soll. Da die Funktion als Basiskriterium von Textsorten gilt, unterscheidet man dann Informations-, Appell-, Obligations-, Kontakt- und Deklarationstexte voneinander. Diese Klassifikation wird auch in der Gesprächslinguistik verwendet, mit dem Unterschied, dass in Gesprächensinn durch die Äußerung wenigstens zweier Sprecher konstituiert wird und damit mehrere kommunikative Absichten zu beschreiben sind. Gesprächs- und Textlinguistik sind pragmatisch orientiert. Sie fragen nach kommunikativen Handlungsabsichten eines Produzenten. Die Slides und die verwendete Literatur finden Sie in einer Infografik, die im Kommentarbereich verlinkt ist. $ Vielen Dank.